Hallo zusammen, hier ist mal wieder euer Alex. Heute mal ein kürzeres Video, wie man ein Acer Travelmate P276, das wurde so Ende 2015, Anfang 2016 hergestellt, oder wird noch hergestellt, wie man das zerlegt, wie man auf die Unterseite kommt. So, umdrehen. Und ihr seht, ich habe jetzt hier schon jede Menge Schrauben entfernt. Alle Schrauben auf der Unterseite, die man hier sehen kann, entfernen. Remove all the screws at the bottom. So, ich habe jetzt hier noch zwei Schrauben zu entfernen, drei Schrauben. Die entferne ich jetzt mal eben. Eins, zwei und drei. Die dritte Schraube hält hier diesen DVD-Caddy. Den kann man hier dann ganz einfach entfernen. Das müsste 9,5 mm Bauhöhe sein. Ich halte jetzt mal gerne mal die Bezeichnungen hier mit rein. Das ist die Typbezeichnung. Ein GU-C-0-N. Das ist ein Slimline-Brenner. Und man könnte hier hinten dann diese Sachen entfernen und könnte einen neuen Brenner hinbauen. Kann man hier dann diese Sachen wegklipsen. Könnte man später also einen anderen Brenner reinbauen. So, remove all the screws. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, fünftzehn, zwanzig, zwanzig, irgendwas um die 27, 28 Schrauben. Alle Schrauben entfernen. Und dann am besten, ich habe es in vielen Videos vielleicht nicht ganz so korrekt gemacht, indem ich das schon vorbereitet hatte und die Sachen schon geöffnet waren. Aber in dem Fall, man kann es jetzt hier vorsichtig öffnen mit so einer Plastikkarte. Ich drehe das jetzt mal um. Und dann kann man es hier schon irgendwo anheben und kann dann, kann dann das zur Seite hier, Vorsicht, weil man sieht hier gut ist die Kante, kann man das Ganze dann entfernen. So, und jetzt sieht man eigentlich, es ist relativ simpel aufgebaut. Problem ist nur, wenn man das Keyboard tauschen möchte, sieht man jetzt hier gut, das Ganze ist Plastik vernietet. Das heißt, wenn man hier das Keyboard tauschen möchte, dann befindet sich das unter diesem Cover hier. Das heißt, hier müsste man entweder die gesamte Oberseite umbauen, das heißt, Stück für Stück jedes Bauteil umbauen, oder, ja, man hat eine Maschine dergleichen, ich denke nicht, denn mit Plastiknasen wird das ja durchgesteckt. Das heißt, wenn hier mal das Keyboard kaputt ist, viel Spaß. In der Regel müsste man das ganze Topcover dann kaufen und müsste dann Stück für Stück hier umbauen. Ansonsten, was jetzt hier den RAM angeht, wir haben jetzt bei diesem Modell noch DDR3-Speicher. Halt ich jetzt mal in die Kamera. Das ist hier DDR3-L-Speicher mit 1,35 Volt, 1600er. Da bauen wir jetzt von Crucial. Baue ich jetzt hier auf 8 GB, erweitere ich das Ganze gleich für meinen Kunden. So, dann stecke ich dann hier so zeitlich rein. Und Clip, voila, fertig. Man könnte jetzt hier noch, es befindet sich hier eine ganz normale BIOS-Batterie, CR2032 auf dem Ganzen. Und hier ist das WLAN-Modul, das wir haben. Und man könnte jetzt auch hier, wenn man möchte, diese Lüftereinheit 1, 2 Schrauben entfernen. Und man könnte genauso natürlich dieses Akku-Pack, in dem Fall die Typbezeichnung, man sieht es jetzt hier ganz gut, AC14B8K, das ist ein 3200 mAh Akku, den könnte man tauschen. Und wenn ich jetzt hier die Festplatte tauschen möchte, in dem Fall gegen eine SSD, dann zoome ich mal ein bisschen näher ran, dann ist es gar nicht so kompliziert. Dann kann ich diese Platte hier einfach rausnehmen, Vorsicht, very careful. So, und nun kann ich hier entsprechend, Vorsicht, das klebt ein bisschen, kann ich hier die Festplatte abziehen und könnte diese vorhandene Platte, in dem Fall eine Seagate 500 GB, könnte ich hier 1, 2, 3, diese Schrauben entfernen und könnte in dem Fall eine neue Toshiba, habe ich jetzt hier, SSD verbauen. Es müssten beide Bauhöhen gehen, wie man sieht, aber ich empfehle hier maximal 7 mm Festplatten zu verbauen. Ja, und dann baut man eben wieder alles zusammen. Man sollte vor allem darauf Acht geben, dass man hier nicht versehentlich die Kabel abreißt. Das Mainboard-Typ, das wir jetzt hier verbaut haben, gut, das wird jetzt für euch nicht so relevant sein, aber man sieht ganz gut, für alle, die nachfragen, der Prozessor ist hier drauf verlötet. Und hier wäre jetzt noch der Grafikchip oder ein anderer Chip möglich, aber der Prozessor ist verlötet. Das heißt, hier wird man entsprechend dann nichts mehr nachbauen können. Und man kann halt dieses ganze Mainboard, in dem Fall heißt das DA0ZYWMB6EO, hier könnte man jetzt hier dann tauschen. Ich zeige es euch nochmal hier, das Mainboard, das jetzt hier bei diesem Modell verbaut ist, könnte man jetzt hier tauschen. Und es sollten hier zweimal 8 GB Module reinpassen. Ja, dann Deckel drauf. Ich würde es am besten so schräg ansetzen, dass man hier diese Ding hat drauf. Und dann könnte man das wieder zusammenbauen. Das mache ich jetzt nicht. Das könnt ihr dann selbst. Und wenn noch Fragen sind, bin ich für euch da. In dem Sinn, bis bald. Euer Alex. Ich würde es nicht mehr so schräg ansetzen.